Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es ist überhaupt kein Wunder, dass die Welt, dass Atheisten, dass gottlose Menschen die Bibel in den Dreck ziehen, sich lustig machen über uns als Christen, uns Christen hassen sogar. Denn die Bibel sagt, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Aber was wirklich das Schlimmste ist, wenn vermeintliche Christen, Pseudochristen, die Bibel in den Dreck ziehen, durch dümmliche Aussagen und den Feinden des Herrn Anlass zur Lästerung geben. Und heute soll es gehen in dieser Folge um Flacherdler. Lass mich dir gleich zu Beginn sagen, Flacherdler sind Flachpfeifen. Das sind die absolut größten Schwachköpfe, die man sich vorstellen kann. Denn jeder normale Mensch weiß, dass die Erde ein Globus ist, dass die Erde eine Kugel ist, sozusagen. Die Erde ist keine Scheibe. Das ist, was diese Flacherdler behaupten, dass die Erde eine Scheibe sei. Aber sie verdrehen einfach nur Bibelferse, sie ziehen die Bibel in den Dreck, behaupten Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Logischerweise machen sich dann Atheisten über uns lustig, machen sich Atheisten über die Bibel lustig und ziehen Gottes Wort in den Dreck. Aber wer ist das wirkliche Problem? Sind das die Atheisten? Nein, ich meine, sie sind schlimm genug. Das wirkliche Problem sind die Flacherdler, sind diese Flachpfeifen, die einfach Gottes Wort lästern mit ihrer dümmlichen Behauptung, dass die Erde flach sei und dass das angeblich in der Bibel stehe, was überhaupt nicht stimmt. Aber lasst uns einfach einen Vers lesen, den sie gerne verdrehen, den sie gerne missbrauchen, um diesen Quatsch zu lehren. Und zwar Jesaja 40, Vers 22, da heißt es, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte machte, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben. Da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie, wie Stoppeln hinweg. Was uns zunächst mal auffällt in diesen Versen, ist natürlich, dass diese Verse poetisch sind. Es ist Poesie, es sind Vergleiche. Und worum geht es hier wirklich? Geht es hier primär darum, zu beschreiben, wie die Erde aussieht oder geht es nicht primär darum, dass Gott uns sagt, wie viel höher er ist, wie viel größer er ist, wie viel mächtiger er ist. All die Richter der Erde, die sich erheben, die sind einfach wie Hauch. Es heißt hier in Vers 23, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Also wir sollten uns als Menschen nicht überheben, Gott ist so viel größer als wir, Gott ist so viel höher als wir. Und deswegen wird es hier eben so poetisch beschrieben in Vers 22, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und den ausspreint wie ein Zelt im Wohnen. Der Himmel ist einfach wie dieser poplige Schleier in Gottes Augen. So viel höher als Gott, er hat alles geschaffen. Und es heißt dann eben auch in Vers 25, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist deine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Aber es geht hier primär eben, wie gesagt, darum, dass Gott so viel größer ist als wir, dass Gott so viel herrlicher ist, dass Gott über allem steht. Er hat alles geschaffen. Und wir haben keinen Grund, uns zu erheben, denn was sind auch die Fürsten? Ja, und die Richter der Erde, sie sind nichts, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Wir sind so klein vor Gott, deswegen heißt es in Vers 22, vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind. Wir sind einfach wie diese popligen kleinen Heuschrecken. Das ist natürlich ein Vergleich. Die Bibel sagt nicht, dass der Himmel ein buchstäblicher Schleier ist, sondern es ist ein Vergleich. Ja, es ist Poesie. Und jedem Menschen, der einen Hirn im Kopf hat, fällt das natürlich auf, dass es sich hier um Poesie handelt. Dass es hier Vergleiche sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zeltzimmern. Wir sollten beim Lesen eines Bibeltextes natürlich zuerst mal die Frage stellen, was ist die primäre, die hauptsächliche Aussage dieser Verse? Und die hauptsächliche Aussage dieser Verse ist eben keine Beschreibung, exakte Beschreibung, wie die Erde aussieht. Das ist nicht, was wir hier sehen, sondern es geht eben um Gottes Größe, um Gottes Macht, um Gottes Herrlichkeit. Wenn es jetzt aber konkret um Vers 22 geht, um die Bezeichnung Kreis der Erde, dann lasst mich erst mal Folgendes sagen. Kreis ist natürlich unsere Perspektive. Ja, wir nehmen die Erde als Kreis wahr, weil wir eben nicht aus dem Weltall die ganze Erde sehen. Wir sehen nicht den ganzen Globus, sondern wir sehen eben nur aus unserer Perspektive einen Kreis. Aber hier ist das Ding, niemand würde behaupten, dass die Erde zweidimensional ist, nicht wahr? Und das ist jetzt eine Frage an die Flacherler. Wie viele Dimensionen hat ein Kreis? Zwei, nicht wahr? Und wie viele Dimensionen hat eure bescheuerte Scheibe, diese Scheibe, die sich hier natürlich nicht finden lässt, die ihr euch einfach ausgedacht habt, weil ihr gottlos seid, weil ihr Lästerer seid und die Bibel in den Dreck zieht. Wie viele Dimensionen hat eure bescheuerte Scheibe? Drei Dimensionen. Ist ein Kreis eine Scheibe? Nein. Ein Kreis ist ein Kreis. Ein Kreis ist zweidimensional, eine Scheibe ist dreidimensional. Wenn also ein Flacherler wortwörtlich sagen will, die Erde ist ein Kreis, dann sage doch einfach gleich, dass die Erde nur zwei Dimensionen hat. Nun aber das stimmt logischerweise nicht. Das müsste auch jedem Flacherler auffallen, sein, so dumm diese Flachfleife auch ist. Die Erde hat natürlich drei Dimensionen und lass mich dir was verraten. Es gibt keine zweidimensionalen Objekte. Sowas existiert nicht in unserer Realität. Ein Kreis, genauso wie ein Quadrat oder ein Rechteck, ist ein völlig abstraktes Konstrukt, das nicht existiert in der realen Welt. Denn jedes Objekt in der realen Welt hat drei Dimensionen, nicht zwei Dimensionen. Wenn du einen Kreis aufzeichnest, dann nimmst du einen Kreis wahr. Das ist deine Perspektive, das ist deine Wahrnehmung. Aber tatsächlich handelt es sich um eine Grafittspur von einem Bleistift, die dreidimensional ist. Auch wenn du das nicht siehst, die ist trotzdem dreidimensional, diese Grafittspur. Wenn man das jetzt mal wirklich auf die Goldwaage legen will. Was die Bibel tatsächlich lehrt, ist keine Scheibe, sondern ein Globus, eine Sphäre. Das ist, was die Bibel in Jesaja Kapitel 40, Vers 22 lehrt, wenn die Bibel sagt Kreis der Erde. Lass mich dir beweisen. Wenn du eine Scheibe, stellen wir uns diese Scheibe vor, diese Flache Erde. Wenn du diese Scheibe von der Seite aus betrachtest, dann siehst du keinen Kreis, sondern dann siehst du vielleicht eine Linie, aber definitiv keinen Kreis. Du würdest nur einen Kreis sehen, wenn du die Scheibe von oben oder von unten aus betrachtest. Nur dann siehst du einen Kreis. Anders bei einer Kugel oder bei einer Sphäre. Wenn du eine Sphäre aus egal welchem Blickwinkel betrachtest, du kannst die Sphäre drehen und wenden, wie du willst. Sie bleibt immer zweidimensional ausgedrückt, ein Kreis. Also ein Kreis ist die zweidimensionale Darstellung einer Kugel, einer Sphäre. Eine Kugel hat drei Dimensionen, ein Kreis hat zwei Dimensionen. Ein Kreis existiert also nicht wirklich in der realen Welt, sondern es ist einfach nur die zweidimensionale Darstellung einer Kugel. Denn was ist ein Kreis? Einen Kreis erhältst du, wenn du einen Mittelpunkt festlegst, von diesem Mittelpunkt aus viele weitere Punkte einzeichnest, die alle exakt denselben Abstand zu deinem festgelegten Mittelpunkt haben. Dadurch erhältst du definitiv einen Kreis. Wenn du das in drei Dimensionen überträgst, was erhältst du dann? Keine Scheibe, sondern eine Kugel. Also wenn die Bibel Kreis der Erde sagt, was ist dann dreidimensional damit gemeint? Eine Sphäre, eine Kugel. Die Bibel lehrt, dass die Erde rund ist und keine Scheibe. Lass mich dir zitieren aus Wikipedia. Da heißt es, es ist möglich, den Kreis als Objekt der Ebene in den dreidimensionalen Raum zu verallgemeinern. Dann erhält man die Höhle einer Kugel. Dieses Objekt wird in der Mathematik Sphäre genannt. Siehst du, die Bibel ist mathematisch gerekt. Auch wenn die primäre Aussage dieser Verse natürlich nicht ist, wie exakt die Erde aussieht, darum geht es hier gar nicht primär. Trotzdem sind diese Verse zu 100% mathematisch gerekt. Was keine Überraschung ist, die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel ist perfekt und Gott weiß es besser. Gott hat die Erde geschaffen. Er hat das alles geschaffen, das ganze Universum. Er weiß, wie die Erde aussieht. Und Kreis der Erde ist eine mathematisch korrekte Beschreibung der Erde. Weiteres Zitat, eine zweidimensionale Kugel ist eine Kreisfläche. Stell die Kugel zweidimensional dar, was erhältst du? Einen Kreis. Wenn du aber eine Scheibe zweidimensional darstellst, dann erhältst du nicht immer einen Kreis, sondern das wäre abhängig vom Blickwinkel. Nur wenn du von oben oder von unten auf die Scheibe drauf schaust, erhältst du zweidimensional gesehen einen Kreis. Sobald du diese Scheibe ein kleines bisschen drehst, ist es kein Kreis mehr. Dagegen eine Kugel, egal aus welchem Blickwinkel betrachtet, bleibt immer ein Kreis zweidimensional gesehen. Anstatt die Bibel in den Dreck zu ziehen und Schwachsinn zu behaupten über die Bibel, sollten wir aufzeigen, wie groß Gottes Weisheit ist und wie weit der Wissenschaft schon immer die Bibel voraus war und immer sein wird. Denn Gott weiß es logischerweise besser, er hat die Erde erschaffen. Und es heißt in Hiob Kapitel 26, Vers 7, er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Also er hängt die Erde über dem Nichts auf mit anderen Worten. Die Erde schwebt. Die Erde schwebt im leeren Raum. Er hängt die Erde über dem Nichts auf. Und atheistische Wissenschaftler sind typischerweise total hochmütig und haben diese Einstellung, wir brauchen Gott nicht mehr. Ja, wir können alles rausfinden. Aber das ist so lächerlich, wenn wir bedenken, wie extrem weit die Bibel der Wissenschaft immer voraus sein wird. Wir finden beispielsweise auch die Relativität der Zeit in der Bibel. Ja, wir finden in der Bibel, dass die Erde schwebt. Lange bevor irgendein Mensch das mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Ja, was haben wir nicht alles für große Errungenschaften und für große Entdeckungen gemacht. Aber es ist so witzig, wie viele angeblich neue Entdeckungen schon längst in der Bibel zu finden waren vor tausenden von Jahren. Beispielsweise können wir in der Bibel lesen, dass man sich die Hände mit fließendem Wasser waschen soll. Was heutzutage natürlich völlig normal ist. Aber wenn man nur ein paar hundert Jahre zurückgeht, war es überhaupt nicht normal. Da haben sich Leute in Krankenhäusern die Hände mit stillem Wasser gewaschen. Extrem unhygienisch, bis dann jemand die tolle Errungenschaft, die tolle Entdeckung gemacht hat. Dass es keine gibt. Und natürlich ist das an uns für sich eine tolle Entdeckung, ja. Aber es gibt keinen Grund, irgendwie hochmütig zu sein und zu denken, dass wir jetzt Gott nicht mehr brauchen oder so. Nein, sondern die Bibel hat uns schon gesagt. Ja. Sinngemäß, dass wir uns die Hände mit fließendem Wasser waschen sollten. Man hätte einfach nur die Bibel lesen müssen, Gottes Weisheit vertrauen müssen und fertig. Problem gelöst. Aber damit kommen wir wieder zu Jesaja 40, Vers 22 und den nachfolgenden Versen, wo es heißt in Vers 23, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Es gibt wirklich keinen Grund für uns als Menschen, irgendwie hochmütig zu sein und zu denken, wir wüssten es besser, weil Wissenschaft. Ich glaube, dass alles, was wir jemals herausfinden, sich irgendwo in der Bibel sehen lässt. Und so ist es auch mit dem Globus, ja, mit der runden Erde. Die Erde ist keine Scheibe. Wir sehen in der Bibel die mathematisch korrekte Beschreibung, dass die Erde ein Kreis ist. Ja. Dreidimensional ausgedrückt ist das eine Kugel und keine Scheibe. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Und sei du kein Flacherdler, sei du keine Flachpfeife. Und zieh du nicht die Bibel in den Dreck mit deiner Dummheit, sondern kehr um und nimm Weisheit an. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das sagt mir, dass alle diese Flacherdler Gott überhaupt nicht fürchten und mit 99% sicherheit nicht gerettet sind. Und wenn du Flacherdler bist, dann bist du nicht willkommen bei uns beim Seelengewinnen, auch nicht in der Kirche. Du wirst sofort rausgeworfen. Und bitte blockiere mich, bitte entabonniere meinen Kanal und tschüss. Gottes Segen, bis morgen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! ��. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!